So, hallo. Wie man sieht, ich bin glücklich, Herr Maserei. Ich stehe hier mit Michael Haupt von der KULF-Fraktion, einer unserer Partner. Und wir haben unsere Handlungsgespräche über Calisthenics-Anlage, Erweiterung, Inklusion und eine Trinkwasseranlage. Ja, wir haben auch schon konkrete Ideen, wir werden uns zusammensetzen, wir werden Kontakt zum Gartenbauamt herstellen und mal mit denen Absprache halten, was es Möglichkeiten gibt, welche Schritte wir einladen. Ja, genau, einladen, danke schön. Und dann wollten wir auf jeden Fall mal ein Forum herstellen, Gerhard Zecker, da leihen wir unsere Partner auch einladen. Und wir werden auch einen Verein gründen, um unseren Calisthenics-Verein ein bisschen auf Start-Ebene zu bringen, um unsere Ideen und Forderungen ein bisschen besser heranbringen zu können. Ja, noch was? Ich habe nicht vergessen. Dankeschön.